Das ist ein Nachtrag für die Müller Milch Challenge. Macht es nett. Macht es nett, Alter. Ich war eben auf dem Klo. Ich hab den Durchfall meines Lebens. Ich war gebeugt über der Badewanne und hab mich übergeben. Das war so ein breiter Strahl, der aus meinem Mund rauskam. Und während ich gekotzt habe, hat das irgendwie Druck aufgebaut an meinem Anus. Ich hab das komplette Bad verkackt, Alter. Ja, das ist nett witzig. Ich hab mega Spritsch. Es kam aus mir raus. Es ist einfach rausgelaufen. Ich musste mich auch nackt ausziehen, weil meine ganzen Klamotten waren eingesaut. Und dann hab ich mich mit der Duschbrause abgewaschen. Das ist... Junge. Das ist nett mehr schön.